Nachdenkseiten 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 Es ist möglich, nur mit der Auswendung von Sputniks, mit denen die Ukraine nicht befindet. Es sind nur mit der Sputniks Europäischen Union oder der USA, also mit der NATO Sputniks. Das ist das erste. Es ist wichtig, dass diese Racket-Systeme in diese Racket-Systeme, insofern, nur die NATO-Systeme sind. Das bedeutet nichts anderes, wie прямое участие NATO-State, USA, Europäische Länder, in der Ukraine. und nicht auf Ukraine. Das ist ein direktes Interesse. Und das, natürlich, insofern, verändert sich die Grundlage der Konflikten. Das bedeutet, dass NATO, USA und Europäische Länder kämpfen mit Russland. Aber wenn es so ist, dann, wenn wir die Grundlage des Konflikten werden, werden wir entsprechend verabschieden, von den gefährdeten, die uns werden. Meine Antwort zu Putin, als zu den früheren Gefängnissen, zu sagen, dass er öffentlich und öffentliche hat, wenn Russland benutzt, in Ukraine, Wladimir Putin hat seine persönliche Warnung. Das war wichtig, dass Sie den Präsidenten von Präsident Zelensky zu fangen, in Russland zu fangen? Wir haben eine lange und produktive Diskussion, auf ein paar fronts, die Ukraine, die Middle East, und die Indo-Pacific. Wir haben strategisch, über die Taktikale Entscheidungen. Das ist nicht über eine besondere Entscheidung. Wir werden wieder in Ungarn in ein paar Tage Zeit mit einer großen Gruppe von individuellen. Aber das war eine sehr wichtigste von Präsidenten, zu haben, diese Diskussion über diese kritische Probleme. Russische Racken, die in diesem Zeitpunkt auch arbeiten, aber auch arbeiten auf unserer Erde und gegen unsere Menschen. Und Putin keine Verpflichtung, keine Verpflichtung auf die Taktik. Also ich kann das nur aus der Militärische Sicht beurteilen, dass solche Langstrecken-Waffen natürlich sehr gut geeignet gegen Hauptquartiere, gegen logistische Knotenpunkte, aber auch gegen Flugplätze zu wirken, gegen Ansammlungen von Flugzeugen zu wirken. Das ist ja ein besonderes Problem für die Ukrainer an der Front, dass sie mit diesen Gleitbomben, die immer stärkeres Ausmaß, immer größere Sprengkraft auch bekommen, dass sie mit denen, von denen getroffen werden, das zu erheblichen Verlusten führt. Und die einzige Möglichkeit, sich dieser Gefahr zu erwehren, ist eigentlich, die Flugzeuge, die Flugplätze noch anzugreifen, sodass diese Gefahr gar nicht erst entstehen kann. Das bleibt so. Das ist die Frage gewesen und deshalb bleibe ich bei meiner Haltung in dieser Frage. Die ist ganz, ganz klar. Auch wenn andere Länder anders entscheiden. der Sprengkraft München Vielen Dank.